Herr Buhr, Sie sind Experte für Veränderungen, zwar in einem anderen Bereich, aber trotzdem möchte ich jetzt mal nach der Politik fragen. Wir haben jetzt gerade Situationen, wo Parteien sich ineinander und untereinander irgendwie einigen müssen, Veränderungen zu machen, auch Veränderungen in dem eigenen Programm und vielleicht Kompromisse einzugehen. So, Sie als Experte, was haben Sie da für einen Blick drauf? Wie kann so etwas funktionieren? Also als Experte für Verhandlungen eher, sage ich, da ist Veränderung ein Thema, womit wir uns befassen müssen. Und wenn es jetzt um die Koalitionsbildung Jamaika geht, nehmen wir das ganz konkret als Anlass, dann haben wir dort drei Parteien, die ja Gemeinsamkeiten haben, wenige möglicherweise, und dann haben sie Dinge, die nicht zusammenpassen. Und wie läuft so ein Einigungsprozess? Das kann ich aus der Insight sagen. Im ersten Schritt treffen sich mal die Protagonisten und versuchen mal in einem Raum störungsfrei Zeit zu verbringen. Das ist das klassische Kuschelprogramm. Es ist so der Versuch, können wir überhaupt an einem Tisch sitzen? Das ist agendafrei, es ist auch ein absichtsloses Treffen, Klammer auf, im Hintergedanken, schon nur die Idee, passen wir zueinander, kann ich das mit dieser Person, mit jener Person zusammen im Raum aushalten? Dann im zweiten Schritt wird geguckt, wo gibt es Themen, wo wir übereinstimmen thematisch? Also Schwarz, Grün und Gelb ist schon schwer. Schwarz und Gelb vielleicht nicht so. Wenn Grün dazukommt, da gibt es so ein paar Themen, auf die man sich einigt, um eine Basis zu haben und von der dann weiterzureden. Und dann weiß ich auch, dass es einige, und das sind die Dollpunkte, einige Punkte gibt, wo die Parteien sagen, da sind wir festgefahren, das wollen wir nicht hergeben. Das ist so eine Bastion, dafür sind wir gewählt worden, das ist unser Wählerauftrag. Und da wird dann spannend zu sehen sein, wie sozusagen das eine vom einen gegen das andere vom anderen getauscht wird. Also im ersten Schritt mal hinkriegen, dass eine gemeinsame Plattform tatsächlich auch faktisch untermauert ist. Und dann bin ich jetzt schon gespannt darauf, wie das werden wird, wenn dann die Protagonisten der jeweiligen Parteien vor die Kameras treten. Meistens spät nachts immer müde, immer abgekämpft, damit sehr authentisch, natürlich, um dann zu sagen, man ist auf dem richtigen Weg. Und dann wird eben die Schnittmenge möglicherweise größer. Sie haben ja einen Auftrag des Wählers und ich bin gespannt, wohin das führt. Sie haben jetzt gerade den Wähler angesprochen und genau dem muss ich das dann ja nachher verkaufen und vielleicht als Partei auch eine Veränderung bekannt geben, wo man sagt, das war Position A, die wir im Wahlkampf vertreten haben und jetzt mussten wir uns auf Position B einigen. Wie macht man so etwas? Wie verkauft man so etwas? Ja, also wenn es darum geht, kann ich tatsächlich mehr sagen. Da gibt es wenige gute Verkäufer, finde ich, in der Politik. Ja, grundsätzlich gilt so ein Satz, wenn ich fünf Punkte habe, die ich reklamieren will, fünf Punkte und gibt der Eins ein Top und gibt der Fünf ein Flop, sind fünf Punkte, die ich erklären will und eins ist mein bestes Argument und fünf das am wenigsten starke, wäre meine Empfehlung, gib dir folgende Struktur, fang mit der Nummer zwei an, als Opener, als Idee, als auch als Attention Step für meine Zuhörer, komm dann über fünf zu vier zu drei und hör mit eins auf. Das heißt, die Rede stirbt auf dem Berg, das hat schon Luther gesagt und die Präsentation, das Beste zum Schluss ist dann auch etwas, was möglicherweise beim Wähler oder beim Bürger, das müssen ja nicht alle Bürger gewählt haben, ich sage mal beim allgemeinen Bürger, am besten hängen bleibt. Und diese Dramaturgie, finde ich, könnte geübt und trainiert werden und dann wäre es natürlich schön, wenn das auch in einem rhetorischen Fluss käme. Das können wir von dem einen mehr erwarten, als von dem oder der anderen. Vielen Dank, Herr Buhr. Danke sehr.